Welt der Werkstoffe TORQ. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Michael Dietrich, Geschäftsführer der Wegner International GmbH, herzlich zum TORQ willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Dietrich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen. Ich muss erst mal zumindest allen, die zuschauen, erklären, dass ich heute eine abgeschnittene Krawatte trage, weil wir heute aufnehmen an Weiberfastnacht hier in Köln und da passiert das ganz, ganz schnell, auch wenn die Folge sicherlich etwas später dann erst on air gehen wird. Wir beide kennen uns ja bereits schon, ich habe nachgeguckt, seit über 15 Jahren. Ja. Und damals haben sie ja auch noch hier in der Hochschule Vorlesungen für meine Studenten gemacht und auch Workshops zum Thema Kunststoffschweißen und ich freue mich, dass wir heute auch mal über dieses Thema hier im Rahmen des Podcasts uns austauschen können. Gerne. Aber vielleicht können Sie sich erst mal noch ein bisschen selber vorstellen. Ja, neben meinem Namen Michael Dietrich habe ich in Aachen Maschinenbau studiert, ganz klassisch, und bin letztendlich zur Künststoffverarbeitung durch einen Zufall gekommen. Damals während des Studiums suchte ich eine Nevi-Stelle und hatte dann Glück, dass ich jemanden fand, der für ein Forschungsprojekt suchte und bin dadurch auch zur Firma Wegner, bei der ich halt eben mittlerweile Geschäftsführer bin, gekommen bin, also sozusagen in meinem zweiten Leben und habe dann halt während des Hauptstudiums dann letztendlich schon viel mit Kunststoffverarbeitung zu tun gehabt. Firma Wegner hat seinen Schwerpunkt eben in der Warmgas-Explosionsschweißung und Warmgasschweißen und vor allem auch Heizelement-Stummschweißen und bauen da Maschinen für den Weltmarkt. Das ist ein sehr kleiner Bereich, deswegen ist das nicht so ein Wahnsinnsthema, dass man das für den Weltmarkt macht. Aber es hört sich natürlich immer gut an. Ich sage mal ganz gerne, auf allen Kontinenten bis auf der Antarktis stehen unsere Maschinen und das ist halt auch so. Das sind immer wieder Herausforderungen, die man da hat und somit mache ich das jetzt schon seit über 30 Jahren in dem Bereich. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass sich bei Wegner alles um das Thema Kunststoffschweißen dreht und das auf verschiedenste Art und Weise. Aber vielleicht können wir erst mal so ein bisschen Grundlagenwissen legen zum Thema Kunststoffschweißen, bevor wir dann auf verschiedene Verfahren und Anwendungen zu sprechen kommen. Welche Kunststoffklassen lassen sich denn prinzipiell schweißen und welche nicht und was ist der Grund dafür? Ja, wir unterscheiden ja ganz grob die Kunststoffe in thermoplastische, in dann Duromere und Elastomere. Die Schweißbarkeit setzt halt voraus, dass ich den Kunststoff immer wieder aufschmelzen kann, sodass er so aktiv wird, dass er sich wieder verbindet, in der Regel artgleich. Das ist halt bei den Duromeren leider nicht der Fall. Das ist eine Reaktion, die da stattfindet, eine chemische Reaktion, die eben thermisch nicht mehr auflösbar ist, also zumindest nicht so, dass man sie dann nachher wieder fügen kann. Deswegen konzentrieren wir uns in der Regel auf die thermoplastischen Kunststoffe. Und was sind da so die Klassiker bei den Thermoplasten? Ja, die Klassiker wären dann zum Beispiel Polyethylen, Polypropylen, PVC. Dann geht es weiter in die Fluopolymere. Das sind aber dann schon speziellere Kandaten. Aber das ist so, im Standardbereich sind es halt vor allem eben das Polyethylen, Polypropylen. Jetzt wissen wir, dass Kunststoffe seltenst ohne die Zugabe von Additiven eingesetzt werden. Wie sieht es denn da mit dem Einfluss auf die Schweißbarkeit aus? Ist das unkritisch oder muss ich da aufpassen, wenn es um Schweißen geht? Da würde ich immer empfehlen, sehr aufzupassen, ja. Denn es sind ja verschiedenste Gründe, warum wir Additive einsetzen. Das hat halt was mit dem Herstellprozess oft zu tun, wenn wir dann in die Richtung der spritzgegossenen Bauteile gehen. Das heißt also, wo ich halt meine Kunststoffschmelze in eine Form einpresse, dann möchte ich zum Beispiel, dass das halt sehr schnell und sehr einfach geht, die Drücke nicht so hoch sind, um halt eben in diese Kapitäten zu kommen. Und das bedeutet, ich mache das dünnflüssiges Material. Und das hat so zum Beispiel einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Schweißbarkeit. Dann gibt es andere Bereiche, wo ich vielleicht elektrisch leitfähige Kunststoffe erzeugen möchte, indem ich da, das verändert die Viskosität. Also ein großer Punkt ist eigentlich immer dann, wenn ich die Viskosität meines Materials verändere, also die temperaturabhängige Zähigkeit des Materials, dann hat das einen starken Einfluss. Und je nach Füllgrad, wenn wir dann eben den Füllgrad, kann das eben dann mehr oder weniger großen Einfluss haben. Farbe spielt auch eine Rolle. Wenn wir also Pigmente einbringen, da geht es dann weniger im Bereich des Halstimulentsstummschweißens. Aber wenn ich zum Beispiel mit Infrarot meine Bauteile plastifizieren möchte. Frage, koppelt oder koppelt nicht an der Stelle. Ja. Und jetzt sagten Sie, also großes Thema ist Viskosität und auch, ob jetzt über Additive oder wahrscheinlich auch über Molekulargewicht, wie die Viskosität eingestellt ist. Wie sollte denn eine Viskosität sein, damit das hinterher mit dem Schweißen gut fluppt? Möglichst gering, möglichst hoch oder was ist da das Optimum eigentlich? Ich würde gar nicht sagen, dass es da einen speziellen Wert gibt, der anzustreben. Es ist einfach, wenn wir verstehen, was Schweißen eigentlich bedeutet oder was ich mit meinem Material machen kann, damit es schweißbar wird und uns dann vorstellen, ja, letztendlich wollen wir die molekularen Kräfte wieder wirksam machen. Und das bedeutet halt für jeglichen Schweißprozess, ich brauche halt Temperatur, ich brauche Druck und ich brauche Zeit. Und die hängen natürlich, diese Faktoren hängen eben davon ab, welche Viskosität habe ich. Das heißt, mit der Temperatur versuche ich ja eigentlich eine Beweglichkeit meiner Moleküle wiederherzustellen, um sie dann auch so nah zusammenzubringen, dass halt eben molekulare Kräfte wirken können und ich auch Diffusionen haben kann. Wenn mein Material von vornherein sehr niedrig viskos ist, brauche ich nicht so hohe Temperaturen. Also um das mal plakativ da zu machen, ein Polypropylen verschweißt man normalerweise bei einer extrudierten, also relativ Zähnviskosität oder hohen Viskosität bei 210 Grad. Wenn ich spritzgegossene Polypropylen-Teile verschweiße, habe ich Erfahrung gemacht, das geht zum Teil runter bis 160 Grad, wo ich das dann schon schweißen kann. Einfach, weil die eine geringere Viskosität haben, beziehungsweise die ausreichende Viskosität schon bei deutlich niedrigeren Temperaturen erreichen. Genau, das ist der Punkt. Wie gesagt, also Druck, Temperatur und jetzt ist ja die große Frage, glaube ich, beim Schweißen, wie erzeuge ich den jetzt eigentlich die Temperatur? Also auf welche Art und Weise kann die Wärme erzeugt werden? Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch Kategorien. Man kann zum Beispiel sagen, ich kann das durch von innen heraus das Material erwärmen, das heißt, durch zum Beispiel durch eine Strahlung, Mikrowellenstrahlung, wenn ich entsprechende Materialien habe, die meine Molekulare anregen, sich zu bewegen, zum Beispiel Bipole habe, dann geht das gut. Ich kann es durch äußere Zufuhr machen, indem ich halt sage, ich mache eine Wärmeleitung, also Heizelement stumm schweißen oder Wärmeleitung, wo ich also ein Medium von außen ranbringe, dass ich das mache. Ich kann es eben, wie gesagt, durch innere Reibung, äußere Reibung machen. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wege, die Wärme ans Material zu bringen. Letztendlich geht es darum, dass ich Energie reinbringe, die muss in irgendeiner Weise absorbiert werden und das kann mechanisch passieren. Und dann eben in Wärme umgewandelt werden. Also es muss nicht zwingend Wärme sein, eine Wärmequelle, sondern irgendwas, was Wärme erzeugt, an der Stelle, wo ich denn die Bauteile fügen möchte. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht durchgehen, extern, die haben schon gesagt, also sowas wie Wärme-Kontakt schweißen. Was haben wir noch für Externe? Wie könnten wir noch externen Wärmequellen? Ja, wie gesagt, wir waren ja beim, also wenn ich es mit einem Gas oder mit Luft mache, ich kann warme Luft dazu fügen, ich kann es mit Kontakt machen. Wie beim Föhn, nur gezielter. Genau. Und ich kann es halt über den Wärmekontakt, das heißt, ich habe eine heiße Platte, das Heizelement, stumm schweißen, ich führe das Material an eine Platte, das meistens mehrstufiger Prozess ist. Wir kennen zum Beispiel im Haushaltsbereich das Verschweißen oder Versiegeln von gefriert, beuteln. Wir haben Impulsschweiß, das heißt, da lege ich meine Materialien übereinander und heize dann komplett durch mit einem heißen Draht zum Beispiel. Das wäre so äußere Zuführ von Energie. Ich dachte, Strahlung haben wir auch noch. Strahlung, richtig, das kann eine Laserstrahlung sein zum Beispiel. Das heißt, da gibt es halt auch verschiedene Techniken. Die eine, die sagt, ist halt, dass ich sogenannte Laser-Durchstrahlschweiß mache. Das heißt, auch da werden die Bauteile aufeinander gelegt. Ich brauche dann einen Partner, der fürs Laserlicht transparent ist. Das muss gar nicht sein, dass das visuell, also für sichtbare Licht transparent ist. Klassiker war früher immer so der Autoschlüssel, der uns schwarz erscheint, aber der lasergeschweißt wurde. Das heißt, ich habe halt Partikel darin, die sind fürs Laserlicht im Einbauteil transparent. Und der Effekt ist, dass ich halt in der Fügeebene meine Absorption des Laserlichtes habe, das heißt, da die Laserstrahlung in Wärme umwandle und dann über eine interne Wärmeleitung dann den zweiten Fügepartner wieder erwärme. Das ist schon ein bisschen trickiger. Einfacher ist dann halt, dass ich sage, wir gehen mit dem Laser da drauf und dann erwärme ich halt meine Fügefläche. Beide Flächen. Beide Flächen und dann, wie gesagt, zweistufig dann und dann muss ich das Laserlicht wegnehmen und dann füge ich die zusammen. Genau. Und dann bei intern, hatten Sie gesagt, Mikrowelle haben wir, ne? Mikrowelle ist... Reibung hatten wir, ne? Das kennen wir alle. Im Winter, wenn wir die Hände reiben, das erzeugt Wärme. Was gibt es da noch für Varianten? Was hatten wir denn da noch? Ja, dann hätten wir noch den Ultraschall, natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Ein sehr schnelles Fügeverfahren, wo ich halt eine Transversalwelle ins Material reingehe und dann halt eben dadurch letztendlich Wellen erzeuge im Material, die dazu zu Molekularbewegungen führen und diese Bewegungen werden dann wieder, ja, in Wärme umgewandelt. Aber ist so, ne? Das sind fast alles, hat irgendwas mit Wellen zu tun, ne? Also in allen Bereichen, eigentlich von Mikrowelle und so weiter, die dann letztendlich dann in Wärme umgewandelt werden und hoffentlich da, wo sie hingehört. Aber vielleicht können wir jetzt mal mit dem einfachen und bei Ihnen dann auch vertretenen Verfahren wie dem Warmgasschweißen beginnen. Dabei handelt es sich ja zumeist um einfacherer Handgeräte. Aber auch hier gibt es dann ja wieder innerhalb dieser Klasse verschiedenste Typen für unterschiedlichste Anwendungen. Also was sollte man über das Warmgasschweißen wissen? Ja, man sollte beim Warmgasschweißen wissen, es gibt prinzipiell mal zwei Verfahren. Das ist das Warmgas-Fächelschweißen und das Warmgas-Ziehschweißen. Der Unterschied liegt letztendlich darum, wie ich mein Zusatzwerkstoff dazu führe. Es gibt spezielle Geräte, die heute eigentlich zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz 1 gesetzt werden. Da habe ich eine spezielle Düse, durch die führe ich meinen Draht. Das heißt also beim Warmgaschweißen habe ich immer einen Zusatzwerkstoff, den ich benötige, den ich auch plastifiziere, um zwei Bauteile zu verbinden. Ich habe einen warmen Luftstrahl, mit dem ich halt einmal die Fügeflächen, die ich verbinden möchte, erwärme und aber auch als zumindest eine Seite des Zusatzwerkstoffes. Jetzt sagen Sie warme Luft. Wie warm ist denn die Luft, die ich da so brauche? Typischerweise so. Typischerweise bei den Werkstoffen, die wir vorhin so als typisch deklariert haben, also PE, PP, PVC sind das so um die 300 Grad, ganz grob. Also es ist schon sehr warm. Ja, das ist schon ein bisschen wärmer. Bisschen was anderes, als was so ein handelsüblicher Föhn an warmer Luft erzeugt. Ja, richtig, das ist so. Der Punkt ist halt eben, dass Luft halt ein ganz, ganz schlechter Wärmeleiter ist und deswegen ist es eigentlich sehr ineffizient von der Wärmeübertragung her und deswegen müssen wir mit so hohen Temperaturen rangehen, damit da überhaupt in absehbarer Zeit eine Entwärmung stattfindet. Und jetzt sagten Sie, okay, das eine ist, nennt sich Fächelschmeißen. Da habe ich also ein... Ja, beim Fächelschmeißen ist es so, dass ich halt in der einen Hand mein Warmgasspeisgerät habe, was letztendlich tatsächlich so wie ein Föhn aussieht, als nur, dass ich halt einen sehr konzentrierten Heißluftstrahler habe dann. Und mit dem fächel ich dann, weil ich auf der einen Seite meinen Zusatzwerkstoff, meinen stabförmigen Draht, zum Beispiel Kunststoffdraht, erwärme auf der Unterseite und gleichzeitig aber auch meine Kehlnaht oder was immer ich erzeugen möchte, also das Material, was ich verschweißen möchte, auch verbinde. Und dann, durch diese Fächelbewegung, mache ich die Kontaktflächen warm, passifiziere die, bringen die halt in ein Schweißfen zu und dann muss ich halt mit meiner Hand, indem ich dann den Warmgas, ah nicht Warmgas, äh den, den Zusatzwerkstoff habe, dann drücke ich den auf meine beiden zu verbindenden Flächen. Und dann haben wir wieder den Punkt, ich habe halt die Temperatur, ich habe den Druck, mit dem ich meinen Zusatzwerkstoff aufs Material drücke und das Ganze dauert halt auch seine Zeit und dann sind halt alle drei Faktoren wieder vorhanden, die wir brauchen zum Schweißen. Und jetzt im Unterschied dazu Ziehschweißen? So, beim Ziehschweißen ist es halt so, dass ich letztendlich nur noch eine Hand brauche, weil meine Düse so geformt ist, dass ich diesen Zusatzwerkstoff da einführen kann und ich dann mit diesem, mit der Düse, die halt mit meinem Warngasspeisgerät dran ist, halt über das zu verbindende Material drüber ziehe und dabei bleibt sozusagen der Zusatzwerkstoff kleben. Das heißt, ich habe eine kleine Nase dran, mit der drücke ich dann diesen Zusatzwerkstoff auf die zu verbindenden Teile. Das heißt, der wird in der Düse, wird der eigentlich schon plastifiziert? Der wird in der Düseform gemacht. Das ist halt auch letztendlich ein gar nicht so unkomplexer Vorgang, weil es gibt ein kleines Führungsröhrchen, das ist halt auch warm, weil diese warme Luft ja durch die ganze Düse geht, das heißt, da wird da Form gewärmt. Dann gibt es dann irgendwann ein kleines Fenster, wo die heiße Luft direkt an die Unterseite des Drahts geht und damit wird es dann halt richtig plastifiziert. Denn letztendlich ist es ein handgeführter Prozess, aber es gibt immer wieder eine, oder es gibt ein Optimum an Geschwindigkeit, mit der ich dann den Draht führe, in Abhängigkeit von der Temperatur, mit der ich das ganze Platz führe. Wenn ich zu schnell ziehe, hatte ich zu wenig Zeit, das Material heiß genug zu machen und war ich zu langsam, dann wird es matsch. Und insofern, ja, es sieht sehr einfach aus, es sind sehr einfache Mittel, mit denen ich da diese Füge mache, aber letztendlich, was da passiert, ist dann doch wieder etwas komplexer. Das ist ja meistens so, wenn dann viel händisch passiert und der Prozess an sich einfach ist, liegt das ganze Know-how und das im Handling des Schweißfachmanns an der Stelle. Und von daher ist es eine Sache, die man zwar lernen kann, aber auch lernen muss. Richtig, richtig. Wir können das Robbys beibringen. Wir haben vor vielen Jahren das schon mal exemplarisch dargestellt, dass auch so ein Prozess zum Beispiel an einem Roboter, so ein Gerät an einem Roboter hängen kann und der kann dann sehr einfache Konturen machen. Aber das, wo Hand-Auge-Koordination notwendig ist, wenn ich halt dann eben wirklich komplexere Strukturen schweißen will, wenn ich halt ein Rohr zum Beispiel auf einen zylindrischen Körper schweißen möchte, also wirklich eine dreidimensionale Struktur habe, dann erfordert das schon auch einiges an der Erfahrung des Schweißers, dass ich da halt in dieser dreidimensionalen Welt dann halt auch immer noch die gleiche Geschwindigkeit habe, mit der ich ziehe, den gleichen Druck habe, um halt eine optimale Schweißung dann hinzubekommen. Das heißt, diese Automatisierung würde wahrscheinlich auch nur Sinn machen, wenn ich immer gleiche Arten von Schweißläden quasi fast immer dasselbe Produkte habe. Da müsste immer eine Schweißnaht von gleicher Art hingelegt werden, dann könnte man das sicher auch automatisieren. Aber was sind denn jetzt so typische Anwendungsgebiete für das Fächer- oder Zähschweißen? Das sind es immer dann, wenn ich relativ dünnwandige Produkte habe. Dünnwandig heißt bei uns, es geht in der Regel so bei zwei, drei Millimetern los und hört dann aber auch schon bei fünf, sechs, manchmal vielleicht acht Millimeter Wandstärke auf. Diese Schweißdrähte, mit denen wir arbeiten, liegen in der Regel zwischen drei und fünf Millimeter. Das heißt, wenn ich damit jetzt eine acht Millimeter dicke Platte verbinden will und ich möchte sie ja vollflächig dann die Verbindung ausführen, muss ich da schon mehrere Lagen schweißen. Wie man das beim Schweißen von metallischen Werkstoffen eigentlich auch kennt. Genau. Also alle, die sich damit zumindest schon mal beschäftigt haben sollten. Und deswegen wird es irgendwann sehr unwirtschaftlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich halt natürlich auch, weil es ein handgefüllter Prozess ist, den Faktor Mensch mit all seinen Risiken und Schwächen dabei habe. Das heißt, dass ich irgendwann dann auch aufgrund der Vielzahl der Lagen, die ich weiß, immer auch eine Vielzahl an Schwachstellen produzieren kann. Und deswegen wird es halt eben aus den Gründen und aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich seltener eingesetzt bei dickeren Materialien. Wo es gerne eingesetzt wird, ist im Bereich von Fluorpolymeren, weil ich da sehr hohe Verarbeitungstemperaturen habe, sehr dünne Materialien. Also es gibt halt da Auskleidungswerkstoffe, wenn ich aggressive Medien transportiere. Also es gibt die Chemikalienbeständigkeit dafür. Genau. Und da ist halt das Warmgasschweißen sehr gerne eingesetzt, weil, wie gesagt, das passt von den Stärken her. Ich habe kein Problem, da sehr, sehr hohe Temperaturen zu realisieren. Also noch höher als diese 300. Da gehen wir dann Richtung 400, 450 Grad Warmgastemperatur. Und das wird aber sehr gerne eingesetzt daher. Jetzt komme ich ursprünglich mal aus der Folienindustrie. Da arbeitet man auch mit Heißluftschweißen, aber dann dieses Überlappschweißen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Gehört aber doch auch in dieselbe Familie rein, oder? Würden Sie das nochmal separat sehen? Das würde ich eigentlich eher separat nehmen. Weil es ja auch ohne Zusatzwerkstoff auskommt. Und das kennen wir. Also man vergleicht es ja gerne, wenn man es im metallischen Bereich sieht, ja auch mit dem Autogenschweißen. Auch da habe ich die heiße Flamme. Ich habe auch da den Zusatzwerkstoff. Und ich kann allerdings da auch gar schon mal was verlaufen lassen, dass ich gar keinen Zusatzwerkstoff habe, wenn meine Materialien selber dünn genug sind. Aber ich würde es eigentlich eher trennen dann. Also den Einsatzbereich da. Wir wissen auch, dass wir zum Beispiel, wenn ich im Bereich von Folien, also LKW-Plan, das ist so ein Klassiker, oft aus PVC, Gewebe verstärkt. Wenn ich die miteinander verbinde, dann nehme ich halt dann in der Regel ein Warmgasspeißgerät. Also nutze nur die heiße Luft und bringe die in den Spalt zwischen von den zwei Folien. Und dann den Druck muss ich dann zum Beispiel mit einer Silikonrolle aufbringen, um das zusammenzubringen. Ein bisschen wie beim Tapezieren. Genau, so ein bisschen. Mit dem Rollen hinterher andrücken. Und dann habe ich nur keinen Kleber. Letztendlich würde ich dann die, wenn ich eine Tapete dann aus so einer Folie mache, dann brauche ich keinen Kleber, dann ist der Kleber letztendlich schon integriert. Die Schmelzefolie. Ja. Jetzt denke ich, von Extrusion haben die meisten ja sicherlich schon mal was gehört, die jetzt hier zuhören oder zuschauen. Aber was muss ich mir denn, weil das Stichwort am Anfang schon mal gefallen ist, unter Extrusionsschweißen vorstellen? Ja. Wie kriege ich das zusammen? Wir nennen das ja auch Warmgasextrusionsschweißen. Warmgas deswegen, weil ich mein Material auch vorwärmen muss wieder. Also das, was ich fügen will. Du kannst ganz ähnlich wie bei den Verfahren Ziehschweißen und Fächerschweißen auch. Auch da bringe ich halt dann wieder mit heißer Luft diese Oberflächen. Ich bezeichne das Ganze oft gerne als so ein Extrusionsschweißgerät oder Warmgasextrusionsschweißgerät als einen elektrisch angetriebenen Fleischwolf mit Föhn. Weil der Fleischwolf ist halt unser kleiner Extruder. Das ist wirklich so wie die Großen auch. Der hat einen Einzugsbereich, da gibt es eine Meteringzone, da gibt es einen Kompressionsbereich. Also all diese Faktoren hat das auch. Es ist nur alles sehr klein. Wolle ich gerade sagen, weil so einen typischen Extruder, wenn den schon mal jemand gesehen hat. Die fangen ja irgendwie bei drei Meter an und können auch zehn Meter lang werden. Genau. Die möchte ich wahrscheinlich ungern schultern. Wie groß ist dann so ein Extruder, der da zum Einsatz kommt? Ja, also die kleinsten, die wir bauen, sind so 30, 40 Zentimeter lang. Und das geht dann so bis zu einem halben Meter. Und wir klassifizieren sie in der Regel im Ausstoßbereich. Also es gibt halt seit einigen Jahren sehr, sehr leichte und kleine Extruder, die so unter einem Kilo Ausstoß pro Stunde haben. Okay. Und die stärksten sind so im Bereich, die also noch von Hand geführt werden, sind so im Bereich von sechs, sechseinhalb Kilo Ausstoß pro Stunde. Genau, also auch einen halben Meter, wenn das auch für einen Extruder zwar schnuckelig ist, aber da kommen wahrscheinlich dann doch schon ein paar Kilo auch zusammen. Ja, das ist auch ein Job. Vor allen Dingen ist es ja oft so, dass ich eben nicht das Gerät irgendwo auf dem Boden abstützen kann und eine Bodennaht schweiße, sondern es gibt auch über Kopfnähte, wie das auch im Metallschweißen ist oder auf Steignähte. Und das sind dann schon Herausforderungen, also auch körperliche Herausforderungen. So ein Gerät, was dann halt schnell 10, 15 Kilo wiegen kann, das dann halt acht Stunden lang zu tragen, irgendwo gegen zu drücken, das konstant, deswegen gibt es auch da natürlich immer wieder Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Versuche das zu automatisieren. Dass man also diese körperlichen Belastungen, die mit dem Extrusionschweiß in Zusammenhängen versucht halt zu reduzieren. Jetzt haben Sie gesagt, es kommt wieder heiße Luft ins Spiel, die die Oberfläche erwärmt. Dann habe ich jetzt den Extruder, der liefert ja offenbar irgendwie Schmelze. Genau. Und wie bringe ich das jetzt zusammen? Ja, also wir führen in der Regel einen Schweißdraht, wie wir ihn auch vom Warngarschweißen her kennen, rein in den Extruder. Dann wird der zerlegt, ähnlich wie beim Fleischwurz. Dann wird er plastifiziert. Das heißt, ich habe da eine Heizung drin und der Extruder plastifiziert also jetzt diesen Draht und am Ende kommt im Grunde genommen eine schmelzeförmige Wurst raus. Und was ich jetzt wieder brauche, in Erinnerung haben, Druck, Temperatur, Zeit. Das heißt also, ich habe die Temperatur beim Werkstück, was ich verbinde, mit der heiße Luft. Und jetzt kommt meine Schwelze, die bringe ich jetzt auf, diese zu verbindenden Teile auf. Aber jetzt brauche ich halt noch den Druck, mit dem ich das draufpresse. Und dafür haben diese Extruder in der Regel einen Schweißschuh. aus Teflon oder hat eine Teflon-Beschichtung, weil es so schön… Erstmal kann das Teflon diese Temperaturen haben und es hat sehr, sehr niedrige Reibwerte. Das heißt, ich presse jetzt diese Wurst oder plastifizierte Wurst, die aus meinem Extruder kommt, zwischen Werkstück und Schweißschuh hindurch, presse ich den damit eine gewisse Zeit dann drauf und dadurch entsteht dann halt die Verschweißung. Genau, und weil da habe ich ja eine richtige Schmelze, voll durchplastifiziert. Genau. Dann habe ich die Oberfläche, habe ich mit der heißen Luft oberflächlich angeschmolzen, sodass dann da tatsächlich eine Diffusion und damit eine gute Verschweißung stattfinden kann. Genau. Und was sind denn jetzt dann im Vergleich, wir hatten ja gerade das Warmgasschweißen, was sind denn jetzt Anwendungsgebiete für dieses Extrusion-Schweißen? Also wieso sollte ich mir das antun, mit so einem 10, 15 Kilo Gerät durchzuschweißen? Ja, es geht dann halt eben bei A wieder über die Wandstärke. Das heißt, mit den Extrusion-Schweißgeräten sind wir in der Lage dann doch so bis 20, 30 Millimeter, 40 Millimeter Wandstärke zu verschweißen in einem Gang. In einem Rutsch. In einem Rutsch. Das heißt, wir kennen beim Warmgass-Extrusion-Schweißen eigentlich keine Mehrlagigkeit. Und da geht es halt zum Beispiel in den Apparatebau, Kunststoffapparatebau, in den Tankbau, ist auch ein sehr wichtiger Bereich. Das heißt immer dann, wenn ich, wenn ich aggressive Medien, egal ob Säuren oder Basen sind, wenn ich sie lagern möchte, dann brauche ich solche Zylinder, solche Rundtanks sind das oft. Das heißt, die werden dann, da wird ein Zylinder auf eine Platte gestellt, alles aus Kunststoff und aus Polyethylen zum Beispiel oder Polypropylen. Und dann verbinde ich die beiden als klassische Kehlnaht mit meinem Warmgass-Schweiß-Extruder. Ja, weil machen sich die Leute ja meistens keinen Kopf drüber. Also so ein Ding, so ein Riesentank kann man ja schlecht spritzgießen. Genau. Man kann ihn auch nicht in einem Rutsch extrudieren, aber man kann Platten extrudieren, man kann Rohre extrudieren oder dann vielleicht sogar auch über Schweißen herstellen und die dann wieder über Schweißen verbinden. Und dann bekomme ich tatsächlich am Ende des Tages auch dann einen beliebig dimensionierten Behälter hin. Ja, also die Einsatzbereite werden immer weiter. Also das ist auch wirklich ein Bereich, der immer noch wächst, also von den Anwendungen her. Wir haben, während wir zu Beginn hauptsächlich in die chemische Industrie unsere Produkte geliefert haben, eben wegen dieses Themas aggressive Medien lagern, transportieren, geht es weiter auch in den Bereich Abwasserreinigung, Frischwasserherstellung. Das heißt, auch da geht es darum. Der Vorteil der Kunststoffe ist halt eben, dass sie doch wenig reagieren mit der Umwelt, dass sie beständig sind und dass sie leicht sind, dass sie gut zu verarbeiten sind. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Semicontakte, also Halbleiterindustrie. Immer dann, wenn ich Platinen herstellen will, wenn ich Bauteile herstellen will, die über Ätz-Verfahren hergestellt werden, was wir ja viele Platinen haben, muss halt das, was ich drum herum habe, eben diese Medien, diesen ätzenden Säuren und Basen halt auch aushalten. Und das heißt, da gibt es wirklich einen Apparatebau, manchmal ganz gerne so mit Schreinereien oder Blechschlössereien. Und die machen genau das Gleiche, stellen als Apparat her, Gerätschaften her, aber eben komplett aus Kunststoff. Genau. Und die dann irgendwie zusammengebracht werden müssen. Und die werden dann nicht geschraubt oder genietet. Und da gibt es halt eben, wenn sie so klein gemacht sind, sind es halt eben diese Warmgasspeißverfahren, ein bisschen stärker Material, dann die Extruder. Galvanik-Industrie ist auch ein großer Einsatzbereich, wo dann halt die Tanks auch aus, oder die Galvanik trommeln, indem unsere Alltagsgegenstände, Reißverschlüsse, Druckknöpfe galvanisch verzinkt, vernickelt werden. Das passiert auch alles in solchen Kunststoffbehältern und Apparaten. Das heißt also, wir bleiben zwar eigentlich bei der Chemie, also die Chemie als das Problemfeld sozusagen für viele metallische Werkstoffe, auch wenn die Industriezweige vielfältig sind, weil halt viele Industriezweige halt mit aggressiven Chemikalien hantieren müssen. Super. Und dann kommen wir noch zum Stumpfschweißen. Genau. Was ist das generell und welche Art des Stumpfschweißens haben Sie jetzt zum Beispiel bei Wegner im Portfolio? Wo sind Sie da vielleicht so ein bisschen darauf spezialisiert? Ja, also Heizelement Stumpfschweißen ist letztendlich, wir hatten es ja ganz zu Anfang mal erwähnt, ist halt, wenn ich die Wärme zum Plastifizieren meiner zufügenden Oberflächen eben durch Wärmeleitung aufbringe. Das heißt, ich habe in der Regel ein Heizelement oder Heizschwert, sagt man auch gerne noch dazu. Das lege ich dann zwischen die zu verschweißenden Bauteile, presse die dagegen und dann gibt es einen dreistufigen Prozess. Das heißt, wir haben in der Regel eine erste Phase, sehr hoher Druck und mit dem wir dann das Material gegen dieses Heizschwert drücken, das nennt sich die Angleichphase. Da wollen wir eigentlich nur erreichen, dass wir einen schönen Wärmeübergang haben. Das heißt, da, wenn der Schnitt vielleicht nicht so ganz eben war, nicht klar war, dass wir dann halt das alles auslächeln und der hohe Druck, weil wir dieses Material, was wir jetzt abschmelzen, einfach auch direkt aus der Schweißnaht herausbringen wollen. Haben wir das erreicht, dann gehen wir in die Wärmphase. Das ist die eigentlich wichtige Phase, weil wir jetzt plastifizieren wollen. Das heißt, ich möchte jetzt gar kein Material mehr verdrängen, sondern nur eine schichtige Erzeugung von hinreichend plastifizierten Material. Ist dieser abgeschlossen, fahre ich die Teile weg vom Heizelement, das Heizelement verschwindet und ich presse die beiden Bauteile. Also das fährt irgendwie nach unten oder nach oben. Nach oben oder weg. Genau. Das ist keine Zauberei dabei. Ganz selten nur, aber das ist wirklich unterschiedlich. Wir kennen das ja, diesen Heizelement-Stumpschweißprozess einmal fürs Plattenschweißen, bei dem Wegner sehr aktiv ist. Es gibt es genauso im Rohrschweißen, egal ob es jetzt Pipelines sind oder sonstige Installationen. Bei den Pipelines ist es so, dass wir Rohrgeometrien mittlerweile verschweißen im Bereich 2 Meter, 2,5 Meter, 3 Meter Durchmesser. Wandstärken dann über 100 Millimeter. Und da kann man sich vorstellen, wenn ich so einen großen Heizspiegel habe, der so ein Rohr erwärmt, den habe ich nicht mehr in der Maschine, sondern der hängt vielleicht an einem Kran. Und auf der einen Seite habe ich die Pipeline, auf der anderen Seite das nächste Rohr, was da dran wird und dann hänge ich den Spiegel dazwischen, drücke das alles zusammen. Und dann dauert das dann auch schon mal eine halbe Minute, bis der Heizspiegel endlich weg ist, damit das neue, dass die plastifizierten Rohre dann wieder zusammentun kann. Bei uns im Plattenschweißbereich geht das alles ein bisschen schneller, aber wir gehen auch in der Regel davon aus, dass wir halt in der Werkstatt arbeiten und das dann zusammenbringen. Ja, das ist der Prozess, das heißt, es wird also verschwindet, ich drücke die beiden Sachen zusammen, kontrolliert. In der Regel haben wir da auch eine kleine Druckrampe, dass wir also nicht schlagartig aufbauen den Druck, sondern halt erstmal zusammenführen und dann aufbauen. Und dann muss das Ganze unter Druck abkühlen, weil eine Besonderheit der Plaste ist halt auch, dass sie einen sehr hohen Wärmeausdehnungs-Koeffizient haben. Das heißt, das Material dehnt sich sehr stark aus und beim Abkühlen schrumpft es. Und dann muss ich natürlich halt auch den Druck wieder anstehen haben, damit ich halt lange genug das Material zusammendrücke und damit auch wirklich eine gute Verschweißung erzielt wird. Und dieser Prozess ist eigentlich nach wie vor der, der die höchsten Schweißergebnisse im Sinne von Schweißnahtfestigkeiten erzielen kann. Und jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ich drücke das gegen dieses Heizelement und dann entsteht jetzt diese Kunststoffschmelze, verklebt das dann da nicht an der Oberfläche? Ja, das hängt natürlich auch vom Material ab, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Das Problem ist, dass halt irgendwann, je nach Viskosität, die Adhäsion, das heißt, das Anhaften der Schmelze auf dem Heizschwert größer ist als die Kohäsion. Das heißt also der innere Zusammenhalt des Materials. Und wenn ich dann versuche, das Material, wenn die Wärmzeit abgelaufen ist, abzuziehen, dann stelle ich dann oft fest, ups, meine schöne Schmelze hängt am Heizspiegel und es steht zum Verschweißen gar nicht mehr zur Verfügung. Um das Problem zu umgehen, versucht man, das Heizelement zu beschichten. Das heißt, wir kennen das halt aus dem täglichen Bereich in unserer Küche, die Teflonpfanne. Und ähnlich aufgebaut sind auch in der Regel die Heizelemente von Stumpfschweißmaschinen. Das heißt, man hat da eine Teflonbasisbeschichtung, Teflon, nie rein, sondern in der Regel mit Hartstoffen vermischt, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Und dann ist halt, genau, auch da ist es so, und da werden dann mineralische Werkstoffe angesagt, glimmer es gerne, wird gerne additiert. Und damit kann man diese Anhaftung doch sehr stark reduzieren. Nicht immer, auch da haben wir wieder das Thema Viskosität, Kohäsion, Adhäsion. Das heißt also, da habe ich ein niedriges Viskos in Materialien und ich bin zu hoch mit Materialien, wird es trotzdem auch am Teflonbeschichteten Heizelement kleben bleiben. Und manchmal sagt man dann, dann lassen wir das doch mit in Kontakt und gehen dann halt doch wieder über zum Bestrahlen. Das heißt zum Beispiel eben die Infrarotstrahlen. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Also neben den klassischen Schweißverfahren treten Sie ja auch immer wieder mit Sonderlösungen für besonders knifflige Aufgabenstellungen in der Scheinung. Und von daher, ich hatte gesehen, dass Sie auch Schweiß mit Infrarotstrahlen für verschiedenste Spezialanwendungen weiterentwickelt haben. Können Sie uns da so ein bisschen mit hineinnehmen? Was ist da passiert? Was war das Problem? Ja, das ist letztendlich auch etwas, weshalb mir nach wie vor dieser Job so viel Spaß macht, dass ich halt immer wieder neue Aufgabenstellungen bekomme. Es geht nicht nur darum, die Maschinen immer noch billiger zu machen, immer noch leistungsfähiger. Nein, es ist halt eben, ich denke auch, Traum vieler Ingenieur zumindest, dass ich halt eine Aufgabe bekomme, die hat es vorher noch nicht gegeben und ich finde die Lösung dafür und die kann ich dann umsetzen. Und bei uns ist das halt eben so gewesen, vor vielen Jahren, als es losging mit den, oder intensiver losging mit Windkraftanlagen. Die wurden immer größer. Die ersten Anlagen hatten halt Holzkerne oder Balzerholzkerne in den Flügeln. Das heißt also, der Flügel einer Windkraftanlage, so muss ich anfangen, ist halt ein Hightech-Produkt. Das heißt, es ist eine Konstruktion. In der Regel haben wir Glasfaser-Außenhaut drin. Aber wir haben halt eben auch etwas, um das diese Glasfaser herum gewickelt werden und das sind Schäume. Wie gesagt, zu Anfang hat man das gerne mit Balserholz gemacht. Heutzutage ist es hauptsächlich PET-Schaum. Was alle aus den Getränkeflaschen. Genau. Das heißt also, wir haben ja irgendwann mal aus der Sendung mit der Maus gelernt, die ganzen PET-Flaschen werden zu Pullis gemacht. Nein, das werden sie heute nicht mehr, sondern sehr, sehr viele dieser werden halt wieder zermahlen zu sogenannten Bottle Flakes und gehen wirklich wieder zurück in die Herstellung. Und im Bereich von PET-Schäumen weiß ich es halt ganz genau, dass also das, was eben als Konstruktionswerkstoff da eingesetzt wird, in der Regel zu 100 Prozent aus Regranulat ist. Das heißt, das nennt sich dann auch RPET und das hat sehr, sehr gute Eigenschaften nach wie vor. Und obwohl es halt eben schon mal eine Shampoo-Flasche war oder eine Briefflasche oder was auch immer. Und ja, und das hat halt eben das Problem hier ist eben so, dass dieses PET, ein ganz toll recycelbarer Werkstoff, aber sehr, sehr hohe Arbeitstemperaturen, Schweißtemperaturen schon benötigt. Das heißt, üblicherweise ist da eine Fügetemperatur, also eine Oberflächentemperatur auf dem Produkt, damit ich es plastifiziert habe, so um die 270 bis 290 Grad. Und das ist für die Teflon-Beschichtung ein echtes Problem. Die geben dann recht schnell auf. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir solche Maschinen bauen, mit denen halt solche Schäume verbunden werden sollen, geschweißt werden sollen. Das passiert rund um die Uhr. Und wenn ich dann halt jede Woche meine Teflon-Beschichtung erneuern will, ist das ein Problem. Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht können wir das ja auch mit Infraroterwärmung machen. Und haben das dann auch versucht. Das heißt, wir haben eben nicht den Kontakt, den die Oberflächen des PET-Schraubs erwärmt, sondern haben die halt bestrahlt mit Infrarot. Und mussten dann feststellen, ja, geht toll. Aber mit dem, was so damals üblich waren, Infrarotstrahlern, Hellstrahler kann man die auch nennen. Das heißt, ich habe so Glasröhren und da drin ist halt ein spezieller Draht, der wird dann zum Leuten gemacht. Und dann haben wir Oberflächentemperaturen so über 1000 Grad. Und also ein sehr kurzwelliges Infrarotlicht. Und dann haben wir damit unsere Oberflächen bestrahlt. Und dann haben wir die zusammengedrückt, die Bauteile. Die haben auch toll gehalten. Und dann mussten wir aber feststellen, hm, unser Bauteil ist aber unheimlich kurz geworden. Das heißt, wir haben diese Infrarot. Wir haben ja gesagt, das muss absorbiert werden. Diese Strahlung ist umgewandelt, wir werden in Wärme. Und das passiert nicht nur auf der Oberfläche, sondern ähnlich wie wir das bei der Mikrowelle ja zum Esswarmmachen gerne sehen, dass halt auch das Essen von innen warm gemacht wird, machten wir auch diese PNT-Schäume dann innen schon warm. Das heißt, die waren so weich, dass ich die wirklich zerdrückt habe. Und ja, dann haben wir uns das Ganze weiter angeschaut und überlegt, wo ist denn da das Problem mit der Absorption? Und dann stellen wir fest, ja, Kunststoffe haben unterschiedliche Absorptionsspektren. Da gibt es ein Maximum. Das heißt also, da gibt es eine Wellenlänge, bei der funktioniert das toll. Und da geht das schon an der Oberfläche los und manchmal bei anderen Wellenlängen weniger. Und demzufolge haben wir dann angefangen, die Wellenlänge zu vergrößern, zu verlängern. Haben also sogenannte Dunkelstrahler eingesetzt und mit denen kann ich jetzt solche Verschweißungen machen ohne Kontakt. Das heißt, ich brauche keine Teflonbeschichtung. Das ist gemein, manchmal braucht man tatsächlich die Physik dazu. Ja. Man muss die Materialphysik an der Stelle verstanden haben, weil das Problem war klar, aber die Lösung liegt physikalisch auf der Hand, aber man muss es natürlich dann verstanden haben. Also die Lösung war jetzt tatsächlich infrarote Dunkelstrahler, die dann im speziellen Wellenbereich absorbierend werden. Ja, und das ist halt im Nachhinein, da hätte man ja auch von vornherein drauf kommen können, aber es ist ja oft so, dass… Wenn noch keiner die Lösung erarbeitet hat, dann… Ja, und wenn dann der Einsatzbereich plötzlich ein anderes… Also diese Strahler gab es ja schon seit langem und sie wurden gerne eingesetzt, um Lacke zu trocknen oder lackierte Oberflächen zu erzeugen. Da ist das ja sogar toll, wenn das dann halt nicht nur von der Oberfläche trocknet, sondern auch schon im Material diese Reaktionen beschleunigt werden, um dieses Trocknen zu erzeugen. Und nur in diesem speziellen Fall war es halt doof. Brauchte man nicht, ne? Aber nochmal zu Anfang zurück, also was dieses Thema betrifft, ich habe jetzt nur nicht verstanden, warum mussten die denn überhaupt geschweißt werden? Also ich kann doch jetzt diese Schäume im Prinzip beliebig groß, glaube ich, auch extrudieren und dann auch, sagen wir mal, zurecht schnitzen, wie ich sie brauche für den Flügel. Wieso muss ich da jetzt überhaupt mit Schweißtechnik arbeiten? Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, denn man hat festgestellt, diese Schäume zu extrudieren ist ja wirtschaftlich, hat aber den Effekt, dass ich physikalische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften erzeuge, die abhängig sind von der Extrusionsrichtung. Das heißt, so ein extrudierter Schaum ist halt in Längsrichtung oder Extrusionsrichtung, hat ja ganz andere Eigenschaften, Festigkeitseigenschaften als quer dazu. Und aufgrund von verschiedenen Tatsachen bin ich aber auch nicht in der Lage, so einen Schaum in unbegrenzter Dicke zu extrudieren. Das heißt, es kamen zwei Probleme auf. Das eine ist halt, dass der Markt, die Flügel werden immer größer, immer dicker, ich brauche relativ dickes Material, so dick kann ich es nicht extrudieren. Und das andere ist, dass das Festigkeitsprofil nicht so richtig zur extrudierten Platte fasste, sondern eigentlich 90 Grad verdreht war. Ja, und dann ist man dazu gesagt, okay, wir können ganz toll diese Platten extrudieren kontinuierlich und dann sägen wir sie in Platten und dann nehmen wir diese Platten und schweißen sie flächig zu einem Block zusammen. Und diesen Block säge ich dann wieder zu Platten. Und dadurch erreiche ich, dass ich halt eben die Extrusionsrichtung, die vorher zu meiner Platte, die vielleicht 100 Millimeter dick war oder 80 Millimeter dick war, da lag die Extrusionsrichtung eben horizontal drin. Und nachher, bei der aus dem Block geschnittenen Platte, liegt sie jetzt plötzlich senkrecht dazu. Und das ist genau die Achse oder die Richtung, die ich in meinem Endprodukt haben möchte, dass ich da die höchste Festigkeit habe. Und der andere Effekt ist, dass ich jetzt auch eine Platte herstellen kann, die dann 300 Millimeter dick ist oder 400 Millimeter dick ist. Was auch immer man braucht. Was auch immer man braucht. Also das heißt, es ging eigentlich um einen Workaround. Und jetzt in diesem Falle muss man die Physik leider austricksen. Die Physik ist vorgegeben. Also ich kann dann nur in Extrusionsrichtung bestimmte Eigenschaften triggern und nicht wahlweise quer dazu. Aber dann hat man eben gesagt, dann machen wir es hinterher quer. Genau. Ja, also spannend. Und das sind halt also auch solche Sonderlösungen, die Sie im Hause dann kundenspezifisch entwickeln. Genau, das sind so, wo dann wirklich im Idealfall der Kunden sagt, guck mal, oder wir haben das vor zwei Jahren gehabt, ähnliches Thema. Also diese Schäume kommen immer mehr. Das hängt auch damit zusammen, es geht nicht nur um Windgeleiniger Erzeugung, dass wir Kunststoffe und Kunststoffschäume als Konstruktionsmaterialien, Bauteile einsetzen wollen. Und das ist natürlich beschleunigt durch unsere rasant steigende Nachfrage nach E-Mobilität. Das heißt, die Fahrzeuge müssen jetzt wieder viel leichter werden. Ich kenne das so 70er, 80er Jahre, wo ich mich viel mit Autos beschäftigt habe. Ja, da wog so ein Mittelklassewagen eine knappe Tonne. Heute können Sie ja froh sein, wenn Sie mit zwei Tonnen auskommen. Wir haben halt viel Sicherheitstechnik, viel Komfort, viele Motoren, die irgendwas rauf und runter fahren. Klimaanlagen. Und jetzt haben wir aber, und das heißt zu der Zeit, weil der Sprittreibstoff sehr preiswert war, hat man überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es wichtig sein könnte, ein Auto leicht zu machen. Neben Motoren immer leistungsstärker zu bauen, war viel einfacher. Und heute ist das nun anders. Heute müssen wir die Autos wieder leichter bauen. Wir müssen, wenn wir an die Freizeitbranche, Campingindustrie denken, also wenn ich jetzt anfange mit meinem Elektroauto einen Wohnwagen zu ziehen, dann wird das plötzlich extrem wichtig. Wenn ich den über mehr als 100 Kilometer ziehen möchte, ne? Wie viel wiegt der? Weil vor allen Dingen, wenn ich so über die Alpen möchte oder so. Das heißt, ich brauche Steigungen und muss Steigungen überwinden, dann ist das Gewicht plötzlich wieder sehr, sehr viel wertvoller geworden. Und das heißt, wir fangen an, auch da wieder alternative Werkstoffe einzusetzen. Und da sind halt eben Thermoplastschäume ein großes Thema. So kam halt eben vor einiger Zeit ein Kunde, ein Amerikaner an uns, sagte, er hat einen neuen PP-Schaum entwickelt und kann den aber auch nicht in der Breite liefern. Oder herzustellen, wie seine Kunden den haben möchten. Die wollen den aber unbedingt haben. Und ja, so haben wir ein Verfahren entwickelt, wie er jetzt auch diese Polypropylenschäume, die er extrudiert, verschweißen kann zu Platten. Und die dann wiederum zum Beispiel eben in der Campingindustrie eingesetzt werden sollen. Ja, wow, wow. Spannend. Also ich frage mich, wie viele, beziehungsweise wie wenige unserer Zuschauer und Zuhörer auch nur geahnt hätten, wie vielfältig das Thema Kunststoffschweißen sein kann. Und das, wo wir es nicht einmal ansatzweise umfassend heute hier behandeln konnten. Also wir haben ja jetzt über nur eine Auswahl von Verfahren gesprochen. Das sind sehr wenige Verfahren und es ist nach wie vor so, dass es ein hohes Potenzial oder Entwicklungspotenzial gibt im Einsatzbereich, die Sachen. Und wenn wir gerade im Bereich unserer Veränderung, unserer ganzen Mobilität, nicht nur im Auto, auch was das Fliegen angeht, nachdenken, werden dann auch die faserverstärkten Werkstoffe wieder viel, viel interessanter. Die haben ein echtes Revival oder leben jetzt. Das heißt, auch das Fügen dieser Materialien wird ein echtes Zukunftsthema sein. Da gibt es noch viel zu erfinden, viel zu entwickeln. Und insofern ist das nach wie vor ein spannendes Thema. Es bleibt spannend. Genau, es bleibt spannend. Lieber Herr Dietrich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass ihr uns dieses spannende Themengebiet heute hier näher gebracht habt. Dankeschön. Gerne. Das habe ich sehr gerne getan. Vielen Dank.